Hey Leute was geht ab zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von Killertyp und heute spiele ich mit meinem Freund den neuen Big Battle 40 vs 40 Modus. Ja, ähm, bist du bereit? Ja, ich frage mich schon auf diesen neuen LTM. Wir sind sehr gespannt und starten wir gleich rein. Ich bin schon bereit und Leute, wir sehen uns dann, wenn wir drinnen. So Leute, wir sind jetzt auch schon drinnen und für die, die ja auch schon das vorherige Video gesehen haben, mit meinem kurzen News Video, wissen wir schon jetzt, dass, was kommt rein, mein Freund? Wir machen natürlich einen Livestream zum Live Event am 3. Dezember. Ja, nicht nur Ende des 7, sondern auch Anfang eines neuen Chapters. Ganz genau. Ist jetzt eigentlich sehr schnell gegangen, könnte man sagen, oder? Ja, etwas überraschend, aber Fortnite... Irgendwie, ich glaube mir so zur Hälfte, dass dieses Chapter nur so ein Übergang war und jetzt kommt dieses Großsehen. Wirkt sehr nach so einem Übergangstisch. Aber eigentlich haben sie eine komplett große Story beendet und jetzt wieder eine neue große angefangen, weil jetzt geht es ja weiter mit der letzten Realität, aber die komplette IO-Story haben sie eigentlich schon beendet. Das stimmt. Ich bin sehr gespannt, wie es dann wirklich weitergeht. Aber schau, wir sind schon in der Runde drinnen. Ja, und wir wollen uns nicht so mit der Story befassen, sondern Big Battle spielen natürlich. Wo landen wir? Warte, wir sind doch nicht in einem Team. Aber ich sollte dich da viermal stehen. Ja, aber wir sind nicht in einem Team. Das ist natürlich großartig. Willst du ganz kurz noch die Regeln für Big Battle erklären? Wie ist das? Weil es ist ja doch anders als Team Rumble. Es sind nur 19... Nein, nein, schau, jetzt steigt es. 23, 24... Also es ist halt, wenn viele Leute drin sind, ein 40 versus 40. Und ihr seht ja, die Map ist nicht die größte. Und es ist halt ein spezieller Loot. Und es ist ein bisschen anders als Gruppenkeile, weil es, wenn man stirbt, kommt man nicht mehr Video. Also man responde natürlich nicht, sondern der ist es dann wirklich Game Over. Und von dem her muss man natürlich ein bisschen taktisch spielen, muss auch ein bisschen überlegen, wie man die Sache herangeht. Ich finde es jetzt natürlich sehr spannend, dass wir beide nicht im selben Team sind. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist dann natürlich eine besondere Herausforderung. Wir werden sicher aufeinandertreffen. Aber ich werde dich auf jeden Fall nicht. Das natürlich. So wie immer. Mhm. Ich sage es ja, einige meiner Mates rufen dann noch in Chrome. Crossroads. Nein, bis jetzt noch überhaupt keiner. Ah, du. Hä? Hast du nur zu Boden geschickt. Ah, einer aus meinem Team hat... Yes. Ah nein, ich hab... 35, 33. Das dürfte bei mir jetzt im Team... Aber ich habe auch im Team gehen. Nein, ich habe aber noch gar keinen. Hä? Also die Anzeige bin ich mir gar nicht so sicher. Was steht bei dir bei der Anzeige jetzt? Bei mir steht 33... 35. Ja. Ja, dann stimmt's. Wie viele... welche Farbe ist bei dir rot? Halt welche Zahl? 33. Bei mir ist das blau. Ich glaube, das ist prinzipiell... Also das ist mein Ziel. Genau. Ich glaube, das ist immer das blaue Anzeige als das eigene. Ja. Das rote als das gegnerische. So wird es auch sein. Ja. Da wird schon einiges geschossen, aber... So bei mir ist gar nichts los. Gegner ist noch relativ wenig. Ah ja. Wie fandest du eigentlich jetzt das letzte Update so? Sehr interessant. Mein neuer Grappler. Ich bin leider noch nicht so viel zum Spielen gekommen, aber das was ich bis jetzt gespielt habe, wirklich sehr sehr interessant. Ich bin schon unglaublich gehypt auf das Live Event. Ja, ich auch. Und eben dann aufs neue Chapter. Yes, das wird sicher sehr lustig und das Dream wird sicher ein echt lustiger werden. Besonders, weil das so spät auch am Abend ist. Das auf jeden Fall. Wir werden beides schon so müde sein, wir werden einfach einschlafen. Nein, aber ich weiß von dir Kindertyp, du hast dir ja einige ganz spannende Sachen überlegt für unsere Zuschauer. Ja, ich hätte mir ein paar... Ich mag es jetzt noch nicht sagen, aber ich habe mir schon lustige Sachen überlegt. Kann ich euch sagen, könnt ihr auf jeden Fall einschlafen. Muss ich irgendwas spezielles gespannt sein, was mich da erwartet oder mich speziell vorbereitet? Eigentlich nicht. Okay. Ich habe da schon relativ viele Gegner bei mir. Yes, bei mir auch. Jetzt treffen sich so richtig die Fronten, glaube ich. Jetzt geht es los. Ich habe das Gefühl, dass ich... Oh, ich habe einen gekillt. Geil, Leute. Vor allem nicht wirklich. Ja. Was mich stört, ich habe keinen Snatha. Ich auch nicht. Und das ist in dem Modus... Besonders auf die Distanzen hier. Besonders auf die Distanzen hier. In dem Modus... Aber meine Mates pushen gerade. Also push ich jetzt auch. Leute, ihr wisst, ich bin Schwitzer hier. Nachbar. Also für das schwitzt ihr ihr eher, weil ihr so schlecht seid? Ah ja. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Also... Also ein Sniper wäre jetzt natürlich loshaltig. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Nächsten Kill. Leute, ich hole hier gerade ein paar Leute. Ah ja. Und Leute, ich habe eine super Leute-Logik. Und wenn ich einen Leute sehe, dann sage ich auch immer Leute. Ich habe Sniper, aber ich habe keinen Moon. Das trifft sich dann natürlich auch positiv. Yes. Ah, schau dir bitte. So, dann machen wir den nochmal. So, da bist du. Ah, da bin ich jetzt gerade. Genau. Ich habe nur Angst, dass ich dich jetzt kille. Ja, dann killst du mich. Also, du weißt, wir sind ja jetzt nicht so... Wie du führst? 16, 17? 16, 16. Ah, jetzt 16, 16 wieder. So, unsere Führung. Aber jetzt führen wir. 16, 16. Schau, wie deutlich. Ja, ja. Ist zumindest ein bisschen... Lustig, lustig. Ha, ha, ha. Ah, ich fliege gut zu dir. Warte kurz, dass wir nicht... Okay. Mal kurz, dass mich die Leute auch sehen. Hallo. Der ist ja unten auch nicht. Nein, das bist du nicht. Ja. Oh, wie nice. Danke. Leute. Ach so, aber du hast keinen Mond. Genauso wie ich. Ah, ja. Okay, dann würde ich sagen, wir drehen uns wieder. Ja, gehen wir wieder, geht rein, Tobé, gell? Ah, der ist immer von deinem. Oh, pass mal auf. Warte, ich kaule überhaupt. Tschüss. Mach dich. Mhm. Leute, es steht... Oh. Oh, wir führen drei Punkte noch. Ah, schau mal. Wieso machst du sowas? Oha. Und jetzt holt er dich. Nein, das gibt's ja nie. Verhör, verhör. Mach nichts. Äh, komm, Alter. Ernsthaft? Ja. Ich hoffe einfach, dass du überlebst. Oh je, es ist schon 6,11. Das ist ganz, ganz mies. Yes. Mhm. So. Alles natürlich. Ich glaube, das war's für mich, Leute. Gleit aufmachen! Ja. Leider... Auch für mich Game Over. Schau mir aber zu. Wenn ich überhaupt zu dir wegsehen kann, das weiß ich nicht. Das geht schon, hoffe ich. Ob ich nicht nur bei meinen Teammates bleiben kann. Könnte auch so. Nein, da bin ich, Leute. Wieso schießt ihr nicht los? Weiß ich nicht. Warte, komm, wie los? So, 13,11. Also, äh, 3. 3 zu 11. 2 zu 11. Und das war's. Und das war der Win, Leute. Also, für ihn nicht, aber für mich... Grandioses Geschichten. Ich gratuliere dir. Ja, danke. Ganz stark gespielt. 3 Klicks geholt. Ja, Leute. Das ist der neue Modus. Macht auf jeden Fall Bock. Und ist auch einfach, wenn man kurz so zocken will, lustig. Weil er ist eigentlich sehr schnell. 9 Minuten kann man den durchspielen. Also, ja. Dann würde ich sagen, haut rein, liked und abonniert. Und... Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.